Das ist Milch. Das ist Kaffee. Das ist Zucker. Das ist Kaffee with Milk and Sugar. Wir sind Milk and Sugar und wir stehen vor unserem Office. Wir sind hinten im Hintergrund. Neben uns wird gebaut. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell runter. Und hier machen wir die Musik. Und das wichtigste bei unserer Musik ist immer die Bassdrum. Bei Hausmusik, wir fangen an mit einem Beat, und bauen dann den Song auf mit verschiedenen Elementen. Das Ganze funktioniert in der Basis am Computer. Und wir fügen bei dem Track immer mehr Elemente mit dazu, je weiter der Track voranschreitet. Das heißt, wir haben jetzt hier Klaviere mit dabei. Dann geht es hier zu einer späteren Zeit weiter mit den Vocals, die wir aufnehmen. Musik 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 You gotta let go of me Take over, take over me You gotta let go of me Take over, take over me Take over, you gotta let go of me Take over, take over me So unsere Lieblingssongwriterin mit der wir das zusammen machen Das ist Ajak Come in, come in, come in Wir haben angefangen zusammen aufzulegen, das war so 92, 93 Haben dann festgestellt, dass wir so vom Musikgeschmack her so ziemlich auf derselben Wellenlänge liegen Haben dann angefangen mit den ersten Produktionen und dann 1996 Milk & Sugar und unser Label ins Leben gerufen So lovely when it's sunny Love or love Let the sunshine Let the sun shining 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 The vision The sun shining The sun shining Oh, it's ey Was da da Carrots entstanden ist, da hätten wir nie mit gerechnet am Anfang, aber to where to see you sind auf der ganzen Welt unterwegs, haben viele Platten gemacht, die meisten Leute kennen uns oder unseren Style und was wir tun. Insofern hat sich das für uns alles super entwickelt. This is coffee with milk and sugar.